Das ist das Signal von den drei Minuten, die haben drei Minuten, um den Flugzeug in die Luft zu bringen. Die versuchen jetzt hochzutragen, die sechs Kilo tragen die. Es sieht sehr gut aus, ja, der Pilot hat den Bodeneffekt gut benutzt, ja, stark. Er versucht jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu holen, um die erste Kurve mit Sicherheit zu machen. Sieht sehr gut aus, stark, ich sehe keine komische Bewegung von den Flächen oder nirgendwas. Sehr stabil. Der Pilot möchte viel Energie rausnehmen von dem Flugzeug und er schafft es gerade. Sehr, sehr schöne Kurve, eine sehr schöne Kurve gemacht, eine sehr schöne zweite Kurve und hat immer mehr Geschwindigkeit und immer mehr Höhe. Beautiful, figure eights drawn by team number 22, carrying six kilos. Ich sehe keine Torsion whatsoever in den Kontrollsurfagen. Great aircraft, die haben sich gebaut. Ich liebe die Ausflugung, die Ausflugung war großartig, weil er schnell wie er konnte, er lebt aus dem Flugzeug, der Pilot, ich meine. Und er hat sich nur auf dem Flugzeug auf dem Flugzeug aus 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 dem Flugzeug, ich habe die Übersicht aus dem Flugzeug 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 aus dem Flug Das war die Zeit für sie. Wir haben praktisch keinen Crosswind. Wir haben ein bisschen Hegwind aligniert mit der Runway, das ist perfekt, das ist perfekt. Great day für Flugzeuge. Align. Some indications now. Align. Side one. Auf Wiedersehen.